Der schwerste Gegner wird Dreck sein. So. Er wollte uns runterziehen, jetzt hat er sich selber runtergezogen. Wir haben zwar noch ein Leben verloren, aber es ist ekel. Da ist noch einer. So. Wir schreiten unseren Weg hier weiter. Äh. Okay. Ah ja, wir müssen hier oben laufen. Jetzt kommen wir nicht noch hoch. Jungs. Das ist doch. Komm mal so. Wir machen so. So, zwei Leben haben wir verloren. So, ich gehe mal in den Schnee-Ausfall und wähle mal das Hühnchen. Wupps. Hopp. Oh. Das ist der Verwandler. Wir haben later Flügchen. So. So. Ja, lala. Hinterlässt das Federviel. Keine Polz. Oder es... Ja, ja. Oh. Der schießt darf nicht. Mhm. Okay. Jetzt hat man... Jetzt hat man... So, die großen Gegner gleich weg. Oh. Ja. Ja, das ist noch ein großer Gegner. Na komm. So. Okay. Jetzt gehen wir mal rüber. Jetzt geht's gleich mal. Boah. Ja, schießt aber gleich auf mich. Dann gehen wir mal in der Wüste mal wieder. Okay. So, dann gehen wir mal in die Ecke. Jetzt geht's gleich mal. Jawohl. Okay. Dann geht's hier weiter weg. Ja. Ich hab heute ein paar Tonne Sonneangebote. Jetzt hat er mich doch abgeschickt. Äh. Okay, jetzt landen wir ja hier vorne. Okay. Dann können wir ja ganz schön drinnen entlassen und holen uns da noch ein bisschen Geld. Ich hab heute ein paar Tonne Sonneangebote. Okay. Da drei ja. Ja, da haben wir noch ein bisschen Muni. Ja, ein. Plaster ein. Den brauchen wir voll. Den haben wir voll. Den haben wir voll. Den haben wir voll. Den haben wir voll. Eine Schönheit. Juh, das ist alles so weit voll. Okay. Okay. Komm mal, ich spiel ich ihn mal später. Okay. So. Eier. Okay. Den hab ich übersehen gehabt, aber ist egal. Tun noch mal nach weg. So, so, so. Oh. So, so, so. Einten gibt's. Ach nee. Ach guck mal, ich war in 11 Dauern, ich sind nicht eingesammelt und jetzt sind sie weg. Ach, biss ich. Na gut. Kann man nicht entladen. Oh. So. Ja, guck mal, hast du auch. Ja. Ja. Okay, da war. Ja. Wollte ich nicht nochmal auswixen. Au. Ja, man, da ist, ach so. Ja. Verkess ich auch. So. Ja. Wo? Wo? Wo haben wir uns den auch gleich mal weg? Wo? Da ist er weg. Den holen wir uns den da weg. Ja. Und da holen wir uns. Und da holen wir uns die anderen weg. Hilfe! Ach, da gehst du auch. Oh. So. Oh. Oh. Da lang. Da lang. Äh. Aber noch nicht. Ah, passt da mich doch in den Hitlern? Ja, jetzt fliegt er weg. Ah, ja, jetzt fällt er aber ab. So, hua, da sind wir noch Zweiger. Das war der Ball. Jawoll, die Hälfte haben wir jetzt schon noch abgehauen. Aber egal. Zweifer wüstern über. Ein bisschen weniger eigentlich, naja wohl nicht. Keep. Ja. Ja. So, so, so. 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 Den. Äh, haben wir hier noch was? Ach, gold. Guck mal. Sind wir schon durch? Ach, ne. Sind wir noch nicht durch. Okay. Äh, wer hat das? Das Wettelloch hier brauchen wir ja eigentlich. Soll ich denn eigentlich hier? Naja. Was soll's? Äh. So. Können wir jetzt probieren. Äh. Ja. Höö. Höö. Gut. Okay. Ah. Gut, dann machen wir mal schnell, schnell Ausfall auf R1 und den Dietrich. So. So. Und dann geht's. Und Sammi, die Spierchen mal wieder weiter. So, so, so. Okay. Der nicht. Der auch nicht. Takk. Ach. Der auch nicht. Da. Der auch nicht weit, äh, den so rum. So. Ähhh. So. Da. Der nicht so rum. So. So. Ja, ich bin. So. 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 Momentan, so, här so, müsste er so ausgeschlägt werden, här jetzt so? Ähähähähähähähäh ach jetzt ist der ja jetzt okay jetzt ist er neben die arzt warum macht mich immer das zu schwer